Udo Lindenberg, hat doch ein richtiges Verhältnis, also quasi eine Lähenzone gehabt, das über ein Jahr, mit allem, mit Knickknack, mit allem drum und dran, oder war das... Knickknack? Naja, so mit Sex. Sex. Oh Gott, 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 so was passiert mir nicht. Nee, aber ich kann mal ganz wirklich von Herzen sagen, dass ich mit Udo Lindenberg ein richtig schönes Jahr hatte. Wir haben nämlich, wir waren als Geheimdetektive unterwegs. Ich bin mit alten Decken und Affenmasken durch die Hotels und wir haben uns eine richtig nice Zeit gemacht und keiner hat irgendwas geahnt. Wir haben uns dann Sport draus gemacht, das geheim zu halten. Wäre das heute noch gegangen, glaubst du? Also heute bin ich glücklich verheiratet. Da kommt mir auch kein Udo mehr dazwischen. Das weißt du doch nicht.